Hey, wo fahren wir eigentlich hin? Axel, wo fahren wir eigentlich hin? Ja, wo fahren wir eigentlich hin? Wo fahren wir hin? Sag mal, was hast du eigentlich in der Goethe-Straße? Wahrscheinlich hat er die Frau von Stein gefickt. Kennt ihr eigentlich, apropos Vögeln, kennt ihr die Geschichte von Sir Arthur Smith 1903 im Oberlauf des Kongo, der mit seiner Truppe da hingegangen ist? Also die haben sich durch den Dschungel geschlagen mit Macheten, Norgengleich und Pfeffermittspomben ausgegen, was gibt es? Die Gefahr ist riesengroß, aber der Erfolg ist unendlich. Oh mein Gott. Das hast du nicht. Ich bin schwanger. Leben zusammen mit ihren Haustieren in so einer kleinen Herdtüte, weil es immer so schrecklich kalt ist. Und die Frauen, ne? Die haben alle so nette Bassröckchen an und spielen den ganzen Tag da rum. Und die Jungs haben so Bambusrohre über ihren Dings gestülpt. Aber ich sag euch, ja? Das allerhärteste kommt jetzt. Das glaubt ihr nicht. Wisst ihr, was die alle hatten? Könnt ihr euch das vorstellen? Schlupfen! Die hatten alle Schlupfen! Überlegt euch das mal! Rennen nackt in der Gegend rum und... Sag mal, bist du so dämlich? Oder tust du nur so? Leg dich am Arsch! Wie sie sehen, meine Damen und Herren, warnt sich jetzt hier eine Katastrophe! Ja, eine Sensation an! Der Wagen von Stommelen gibt seinen Geist auf! Was ist passiert? Er muss an die Boxen fahren! Sind die Zündkerzen verrust? Ist der Motor im Arsch? Wir wissen noch nichts genaues! Halt doch mal deine Schnauze! Mann! Und jetzt? Geschlossen, was? 1,38 Liter! Das ist ja schon wieder teurer! Ich brauch fünf Minuten, um den Laden kurz zu schließen, ne? Komm, bleib lieber hier! Das wird nichts! Wo gehst du hin? Ich geh pinkeln! Gib mir mal ein Messer! Gib mir mal ein Messer! Komm, wir fahren! Wenn's schon mal was umsonst gibt! Nicht, wo bleiben die denn? Ich hab'n Schaltkasten nicht finden können, aber schaut mal, was ich mitgebracht habe! Was hast'n da? Nutten-Diesel? Verträgt der Wagen das? Ja, das mag er! Oh, ein paar Knettern! Oh, Scheiße! Was hast du denn da? Nutten-Diesel? Warte, du musst rein! Babsi, komm her! Los! Mach schon! Na los! Mein Gott! Jetzt komm endlich! Babsi! Babsi, komm jetzt her! Los! Babsi! Scheiß auf Babsi! Mein Schwarz ist da! Komm, gib'n die Hand! Blöktisch! Du, schwein! Oh, Blöktisch! Du, schwein! Oh, schwein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017